Jetzt war das schon wieder, ist das ausgegangen! Ich flippe gleich Skier aus, ja. Sehen Sie? Ja. Das ist ein Rapstar Eraser mit Style. Nimm doch den Kompli-Star, ja. Das geht durch die Erschütterung um. Das darf nicht mehr. Ja. Das hätte mal geschafft, ja. Ich sprühe das jetzt nicht. Verstehst du, weil ich hitte das auf. Ich sage, was in der Dose noch ist, ist ein Tech draußen, ja. Das ist gerade Tech mittlerweile mit Kabel. Das ist ein Fuck-Kabel. Die Russell Crowe mit dem Tacker. Aber noch höher, weil ein Tacker. Wissen Sie nicht, was ein Tacker ist? Damit tackert man... Was ist noch mal ein Tacker? Ja. Ne, ein Locher ist, wenn du die Hefte zusammenlochst. Und mit einem Tacker, tackerst du so ein Tacker-Metall in Hefte, damit das zusammen ist. Right, complete King. Start up! Right, complete! Das ist ganz clever. Das ist ein Kabel. Das ist ganz clever. Das ist dein Kabel. Das ist ganz clever. Das ist ein Kabel. Wissen! Oh, yes, Reiser, the love cosmonet, like Hunter S. Thompson, me is all the time having my life and fever, the life you all girls want with me, the life for me half high, right, complete, that is the life with the man who is the cosmonet, for aliens. Living is the truth everywhere, we can do everything what we want is law, the first we say for the present girls, yeah, girls, yes, you is lifestyle, you have style, then you is not present, yeah, you is with me, yeah. And all the girls who are crap and they know it, yeah, you have to, they are also all with me, listen, you all girls, you is crap. For men, yeah, but for the having, yeah, for the having of mine, yeah, men, samarads, yeah, all girls, we have good way for them, right, complete, yeah. Yeah, we Japanese samarads created bondage, yeah, the girl is bondaged, for my having, man, right, complete, salad, man. I think what we have is right. All right, and that is fight, and that is fight, uh, for staying in heaven, my complete. V.